Hey Leute, hier sind wir auf der Unterbinde von DeepBuddyzTalk und wer das letzte SkyWars Video gesehen hat, hat er gesehen, dass wir eine mega Wasserrutsche gebaut haben und natürlich was kommt nach einer mega Wasserrutsche, wir machen eine mega fette Achterbahn mit Schiene, die man auch durchfahren kann, mal gucken wie Geld ich dann letztendlich wirklich habe. Wir hoffen natürlich, die wird geil oder? Ja auf jeden Fall, ich habe Bock drauf, mal gucken, ob du hier Glöcke platziert hast. Digga, der hat voll dir! Alles klar! Gut, dass du alleine rüberläufst. Dann fange ich schon mal an, dass ich ein bisschen die Achterbahn baue. Oh Gott, die haben fast voll dir nebenan. Ich sehe dich da unten bauen. Ich hoffe, das funktioniert auch so um die Kurven. Das sieht kritisch aus. Nicht, dass man da einfach runterfällt. Der macht jetzt safe gleich einen John Cena Move oder so ein Shit, Mann. Ja. Ich habe Spinnnetze. Brauchst du welche? Gönnt ihr? Nein, ich habe auch welche. Okay. Oh Gott, wie weit geht das? LOL! Oh LOL! Haben die Knockback 2 oder was? Ich habe halt schon das Gefühl, Mann. Die haben halt auch Stärke, oder? Nein, ich glaube nicht. Oh Gott. Das gibt es nicht. Die haben richtig gute Schwerter. Einer ist tot. Oh, einer ist tot. Okay, gut. Ich habe fast keine Herzen mehr. Ich habe den anderen. Huch, war das knapp, Digga. Was? Schärfe 1, Rückschluss 1. Es kann fast nichts mehr schief gehen. Außer, dass die Rollercoaster uns tötet, weil es sieht ziemlich kritisch aus. Ich weiß nicht, ob das um die Kurven fahren so funktioniert. Ich glaube nicht, Digga. Egal. Aber YOLO. Ich habe oben auch was Geiles gebaut, okay? Das muss alles klappen. Wir haben leider keine Booster-Rails und sowas, deswegen müssen wir halt das machen. Aber er kommt auch hoch. Was? Ich sehe es, Mann. Er rennt ja hinterher. Will er auch fahren, oder was? Vielleicht hat er Bock drauf. LOL, wie fett das ist. Wie viele Schienen hast du noch? Ich habe keine Schienen mehr. Du hast Schienen hoffentlich. Ja, ja. Aber was du so viele bekommen hast, wundert mich. Nein, er lässt Wasser runter. Der hat alles verkackt mit dem Wasser. Er hat alles verkackt. Er ist so der H***. Unglaublich, Mann. Meine Fresse. Die ganzen Schienen sind jetzt weg. Setzst du schon die Schienen? Ich sehe dich. Oh, das sieht so heftig aus. Jetzt ist es auch perfekt, Mann. Jetzt muss es funktionieren. Ich meine, die Leute haben ja gesagt, wir sollen One-Stacken lernen, weil wir so langsam bauen. Ach, wir haben Zeit, Leute. Wir haben Zeit. Stresst ja nichts. Komm, Mann. Ey, jetzt da runter. Ich will unbedingt fahren. Komm, schneller. Platzier die Schienen. Dinger, guckt euch das an. Holy Shit, Mann. Guckt es euch an. Und dann da. Das ist eine fette Achterbahn. So muss das gehen. Perfekt, Digga. Okay. Ich sitz drin. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin schon losgefallen. Sorry, Mann. Ey, ich hoffe, wenn ich jetzt irgendwo rausfliege, das wird belastet. Aber es wird halt nicht schnell. Also es geht. Ich bin bei maximaler Geschwindigkeit. Okay. Oh, Mann. Es sieht so nice aus, Mann. Oh, es hat funktioniert. Und die Spirale des Todes. Oh. Oh. Und jetzt. Oh. Er schreibt, okay. Ich fahr auch nicht unten. Warte, ich guck dir zu. Let's go. Oh, Baby. Oh, fuck, Mann. Wo bist du? Die dickste Achterbahn. Ich mach so die Linkskurve. Ich seh dich. Jetzt geht's rechts nach unten. Ich seh dich. Da geht's weiter in die nächste Kurve. Nochmal. Stell die Rechtskurve. Dann geht's in die Spirale rein. Kannst du euch schaffen. Oh, Gott. Kamera. Let's do this. Oh. Oh. Und dich jetzt am Schluss dann töten oder so. Mit einem Loch. Alles klar. Warte. Wollen wir den Gegner fragen, ob wir auch mal fahren gehen? Hallo, wir haben so eine fette Achterbahn gemacht. Da müssen wir noch eine zweite Runde fahren. Komm. Wir fahren nicht zu zweit runter. Ich seh meine Lore vorne und du deine hinter mir. Auf geht's. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir auf ihn treffen. Oh, ja. So, ich bin da. Von mir aus kann's losgehen. Okay. Setz deine Lore direkt hinter mich. Ja. So, und dann musst du reinsteigen und nach vorne drücken. Du schubst mich. Let's go. Oh, yeah. Komm. Wo ist er? Da unten ist er, Leute. Bei der Spirale. Oh, Gott. Ich tue bei der Spirale, Mann. Das ist es. Da ist er. Da ist er. Komm. Wir droppen den jetzt. Im Vorbeifahren, Mann. Ding vorbeifahren. Bench. Drive bei, Mann. Let's go. Er ist ein Spinnnetzer. Pussy. Ich habe ihn nicht erwähnt. So eine Pussy. Oh, Gott. Oh, Gott. Digga, war er das? Nee, das war ich. Du bist weg jetzt, Mann. Hauptsache, unsere Namen. Er schießt die Bogen auf mich, Digga. Mach's nicht. Mach's einfach nicht. Mach's nicht. Mach's nicht. Mach's nicht, Mann. Tu's nicht. Er tut's nicht. Mach's. Komm da. Ich leg's ihm die Luere hin. Komm wieder runter. Guck zu, wer runterfährt. Ich möchte es. Er fährt runter, Mann. Ja. Digga, er fährt runter. Ich will dem da jetzt zusehen. Er geht halt echt nach oben und fährt eine Runde. Vielleicht will er uns einen Trick-Shot geben. Ja, lol. Sendet er dann ein beim Top 5, Mann? Oh, er ist oben. Er ist oben. Komm, fahr runter, Mann. Tu es. Tu es. Tu es. Er fährt Rollkopf. Oh Gott, ich fände das gerade so genial, dass der runter fährt. Das sieht so nice aus, Mann. Er gönnt sich einfach. Guck's an. Er zieht mit dem Bogen auf mich. Du siehst. Scheiße, ich hab die Enderpeile daneben geworfen, Mann. Wolltest du ihn schon? Und er ist oben, Mann. Er ist oben, Mann. Feste Achterbein. Einfach weil er runtergefahren ist, schenke ich ihm den Win. Ne, ich nicht. Doch. Lustig. Komm, spring runter, Mann. Er dreht gerade komplett durch. Ja. Ich schenke ihm auch den Win. Ich bin runtergesprungen. Du hast es verdient. Ich hab den Screen auch noch gemacht. Tschüss. Oh Mann. Der Typ war korrekt auf jeden Fall. Für das hat er einfach den Sieg verdient, Leute. Wir hoffen, das Ganze hat euch gefallen. Ich glaub, die größte Achterbahn in Skywars. Und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gleich bald abspritzen, nicht vergessen. Und Benni, hast du noch was? Ne, haut rein. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.